Seitdem der Mensch mit Waren und Dienstleistungen handelt, hat nichts die Veränderungen im Verkauf so rasant vorangetrieben wie das Internet. Nach der Jahrtausendwende blieb kein Stein auf dem anderen, sowohl auf Kunden als auch auf Verkäuferseite. Ein regelrechter Wertewandel wurde vollzogen. Die Konsequenzen daraus sind allgegenwärtig, denn dominiert wird der Handel zunehmend von Internetgiganten, die nichts dem Zufall überlassen. Die Folgen für den Fachhandel, Umsatz, Spanne und Frequenz im Ladengeschäft sind rückläufig. Dies führt bei vielen Händlern zu Ratlosigkeit, Fehlentscheidungen und tagtäglicher Verzweiflung. Aber ein Mann der Praxis steht auf und liefert die erforderlichen Werkzeuge, um den traditionellen Handel wieder in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Gekoppelt mit den neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Technik, coacht und motiviert er Verkäufer und Unternehmer, um den Unternehmenserfolg ins digitale Zeitalter zu transformieren. Der Wow-Effektmacher Hannes Katzenbeisser. Garantiert zufriedene Unternehmer, glückliche Kunden und motivierte Verkäufer. Mittalne Wie lange willst du noch warten? Starte jetzt durch und werde auch du zum Wow-Effekt-Master.